Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Wir erfahren heute einiges über eine Methode zur Traumatherapie namens Floating. Ich habe heute hier Gopal Norbert Klein, er ist Traumatherapeut und nimmt uns mal mit auf die Reise, mit welchen Methoden wir Bindungstrauma, vielleicht auch andere Erfahrungen wieder auflösen können. Und das erfahren Sie hier. Bleiben Sie dran. Hallo, lieber Gopal. Schön, dass du da bist. Hallo. Wir hatten schon zwei Interviews zum Thema ehrlichen Mitteilen. Das war schon mal sehr spannend zu erfahren, was eigentlich uns Menschen wirklich ausmacht in der Kommunikation. Aber du hast jetzt noch ein Tool entwickelt namens Floating. Und was kann man darunter verstehen? Floating ist eine Methode, die in einer Gruppe zur Anwendung kommt und die dient dazu, Entwicklungstrauma, Bindungstrauma, generell alles, was in uns an Konflikten ist, wirklich an der Wurzel aufzulösen. Ja, das will ja eigentlich jeder, oder? Nein, nein, jeder stimmt nicht. Aber viele Menschen, die sich mit ihrer Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen, haben natürlich eben das Ziel, genau diese Traumata aufzulösen. Genau. Wichtig ist, erst mal zu realisieren, dass das, worunter wir leiden, überhaupt unter dem Begriff Entwicklungstrauma und Bindungstrauma fällt. Das ist vielen Menschen ja auch nicht klar. Die sagen zum Beispiel, ich habe Konflikte oder ich habe Ängste oder Depressionen. Aber der Zusammenhang, dass das, was mit Trauma zu tun hat und was das eigentlich genau ist, Trauma, der ist eben in der Gesellschaft den meisten Menschen gar nicht bewusst. Es spricht sich jetzt langsam rum, beginnt sich rumzusprechen. Aber viele sind, die wissen gar nicht, wonach sie suchen müssen. Und wenn man da genauer hinschaut, dann kann man sagen, dass fast alle Probleme, fast alles Leiden auf Entwicklungs- oder Bindungstrauma zurückzuführen ist. Und das sind wiederum Erfahrungen im Beziehungskontext, in der Kindheit, die eben so destruktiv waren, dass wir als Erwachsene nicht mehr vollständig in Beziehung und Kontakt treten können und eben sich aus dieser Not, die daraus entsteht, eben Symptome und eben dann Kompensationen entwickeln. Und mit Floating können wir das wirklich im Kern auflösen. Geht es auch so in diese Richtung von innerem Kind teilen? Ja, das geht in diese Richtung, wobei ich diesen Begriff nicht verwende, weil wir sind ja keine Kinder mehr. Sowas wie ein inneres Kind gibt es eigentlich nicht. Das sind bestimmte Erfahrungsräume, die wir ja jetzt als Erwachsene erleben. Es ist so ein bisschen problematisch, das so zu nennen, aber das ist einfach üblich. Es wird oft so gesagt, inneres Kind, innere Kindarbeit. Im Prinzip trifft das die Sache. Und ich bin darauf gestoßen, weil in den ganzen Jahrzehnten meiner eigenen Suche ist mir halt irgendwann aufgefallen, dass in den Gruppen und Therapien, in denen ich war, ging es nie um das, was in mir in Bezug auf andere Gruppenteilnehmer wirklich passiert. Und ich habe gesehen, dass das nirgends wo wirklich auf den Tisch kommt. Und das, wo das noch relativ nah dran ist, ist zum Beispiel das Familienstellen. Aber da wird es sozusagen auch extrahiert und mit Vertretern sozusagen themenorientiert, abstrakt abgehandelt oder gelöst. Und mir ist einfach klar geworden, wir müssen auch das nicht machen. Es reicht wirklich direkt hinzugucken, was jetzt zwischen den Teilnehmern passiert und in den Teilnehmern. Und das muss adressiert und gelöst werden. Und aus dieser Erkenntnis heraus habe ich die Floating-Arbeit entwickelt. Also das ist ein sehr komplexes System in der Anwendung für den Therapeuten. Praktisch gesehen heißt es einfach nur, dass wir, um jetzt einfach mal eine Orientierung zu geben, dass wir in einer Gruppe mit dem Menschen, mit dem wir die meisten Probleme haben, in einen vollständigen Kontakt und Austausch kommen. Und das machen wir ja normalerweise nicht. Wir gehen nicht zu einem Menschen und sagen, mit dir habe ich ein Riesenproblem. Ich denke genau das über dich und habe die und die Gefühle, sondern das versuchen wir eben zu vermeiden und zu verheimlichen und da drumherum zu navigieren. Oder auch andersrum. Da ist vielleicht jemand, wo ich gerne hin möchte, aber ich schaffe das auch nicht, das zu kommunizieren. Und das hat alles Gründe, die eben in der Kindheit ihren Ausgangspunkt hatten, die sich aber sozusagen in jedem Moment neu manifestieren. Und da könnte man dann uns das angucken, was das im Detail eigentlich genau ist und wie das dann aufzulösen ist. In der Gruppensitzung muss ich dann den Menschen mit dem größten Konfliktpotenzial ja nicht mitbringen, oder? Kann ich den anderen Teilnehmer stellvertretend für den nehmen, oder? Also es ist so, dass das nicht notwendig ist. Es ist so, dass in jede Gruppe, in die wir gehen, stellt unser System die Kindheit blitzartig wieder her, indem es nicht integrierte Anteile auf möglichst passende Menschen projiziert. Und deswegen merken wir ja gar nicht, dass wir in einer Traumwelt leben. Wir merken nicht, dass wir projizieren und immer noch uns wie in der Kindheit benehmen und die Umgebung so einstufen. Das hat mit dieser Projektion zu tun. Deswegen müssen wir das nicht machen. Und der Ablauf ist so, dass ich zum Beispiel dann jemanden frage, der was auflösen möchte. Ich bitte den dann das Problem, wie es ihm erscheint, zu beschreiben. Darum geht es nie wirklich. Weil derjenige sagt zum Beispiel, ich habe Höhenangst oder ich habe eine Depression oder ich habe ständig Konflikte. Und dann frage ich ihn, wer in der Gruppe hat damit am meisten zu tun? Und dann kann derjenige, ohne dass er das selber weiß und versteht, kann er sagen, es hat mit dir zu tun. Man könnte auch sagen, du bist scheinbar schuld. Das System stellt die Kindheit her und projiziert etwas auf diesen Menschen. Und das, was dann passiert ist, dass ich zwischen diesen zwei Menschen dann einen wirklichen Austausch, letztlich im Sinne des ehrlichen Mitteilens, anleite. Und zwar so, dass es zu einem echten Kontakt kommt. Und das bedeutet, dass das, was seit der Kindheit nicht mitgeteilt werden konnte, durchläuft. Und zwar auf beiden Seiten. Und dann werden zwei Menschen gleichzeitig transformiert. Das ist so der prinzipielle Ablauf. Super. Ja, ich hatte ja im Vorfeld auch immer auch deine Interviews angeschaut. Und es war so, ich konnte das nicht greifen. Was passiert da? Was findet da statt? Und dann habe ich ja wirklich mit dir dann eine Floating-Sitzung gemacht und habe erst mal gemerkt, durch diesen Prozess, durch diese Kommunikation, was auch immer du da mit mir gemacht hast, dass man wirklich dieses Kindheitsmuster, was man sich da übergestülpt hat, dass es ja so verdeckt ist, dass man da mit dem Verstand ja gar nicht rankommt. Genau, wenn das möglich wäre, dann bräuchten wir keine Therapie, dann würde der Verstand das sofort lösen, weil er realisieren würde, dass das irgendwie merkwürdig ist, was da läuft. Aber man muss sich das ja so vorstellen, für ein Kind wird das lebensbedrohlich erlebt für den Organismus, wenn die Bindung zu den Eltern dauerhaft nicht vollständig funktioniert. Wenn zum Beispiel ein Kind nicht wütend sein darf oder keine Bedürfnisse haben darf, nach Nähe zum Beispiel, das ist für den Organismus wie lebensbedrohlich, weil das brauchen wir. Dieser Körper braucht das in der Wachstumsphase zwingend eine sichere Bindung. Und wenn einzelne Aspekte nicht da sein dürfen, dann ist das hochgradig belastend für den Organismus. Das kann man sich als viel Erwachsener machen, sich keine Vorstellung, was das bedeutet. Das ist auf eine Art ein Überlebenskampf. Und das hängt halt in unseren Systemen fest. Und damit wir nicht verrückt werden als Kinder, weil wir müssen das ja über 15 Jahre sozusagen aushalten, ein nicht liebevolles Umfeld, entwickelt der Organismus eine Notlösung. Es gibt keine Lösung, keine wirkliche, weil das Kind hängt von den Eltern ab. Es kann nicht weg. Es braucht aber die Zuwendung von genau diesen Eltern, die aber nicht in der Lage sind, diese vollständige Zuwendung zu geben. Also ein Dilemma, was nicht lösbar ist. Und damit wir das überleben und irgendwie stabil bleiben, entwickelt dieser intelligente Organismus Notlösungen. Und Notlösung bedeutet, dass der Erlebnisraum reduziert wird. Kann zum Beispiel sein, dass wenn ein Kind nicht in seine Autonomie und in seine Kraft und Aggression gehen darf, weil die Eltern damit ein Problem haben, dann wird es das verleugnen in sich, um die Bindung nicht zu gefährden, um den Kontakt zu den Eltern nicht zu gefährden. Und dann wird es irgendwann sagen, das ist gefährlich oder böse. Und dann sagt es zum Beispiel, ich bin falsch. Mit mir stimmt irgendwas nicht. Und das dient einfach nur dem Bindungsschutz. Weil wenn ich in der Vorstellung aufwachse, dass mit mir was falsch ist, dann kann ich ja auch selber was machen, um richtig und gut zu werden. Und so erzeuge ich eine künstliche Illusion von Handlungsmacht, um mich selber stabil zu halten. Weil sonst, diese Erkenntnis würde uns sprengen, dass ich ohnmächtig ausgeliefert bin und nichts machen kann, aber diese Zuwendung brauche. Und dieser ganze Komplex, mit dem kommen wir dann ins Erwachsenenleben. Das ist alles automatisiert und deswegen können wir das nicht mehr sehen. Zum Glück, wir würden verrückt werden sonst. Das wäre nicht zum Aushalten. Und deswegen braucht es ab einem bestimmten Grad von Verzerrung oder Traumatisierung braucht es einen Spezialist, der da von außen drauf schaut und uns hilft, diesen blinden Fleck zu erkennen. Und wenn der blinde Fleck in den Fokus kommt und dann auch in den Kontakt gebracht wird, dann kommen eben die ganzen starken Emotionen, die zurückgehalten wurden. Und die Arbeit eines Floating-Therapeuten ist sozusagen, den Beteiligten zu helfen, diesen blinden Fleck zu sehen. Und das, was das genau ist, dieser blinde Fleck, das müssen wir dann noch im Detail erörtern. Ja, gerne. Du hattest uns jetzt auch Folien mitgebracht. Ich weiß nicht, wollen wir da auch mal thematisch so ein bisschen eingehen drauf? Können wir machen, gerne. Ja, das ist erstmal die Ausgangsbotschaft, um die Standardprozedur, wie wir normalerweise versuchen, unsere Probleme zu lösen, gleich von Anfang an erstmal zu deaktivieren. Also sozusagen, um das Abbiegen auf Nebenschauplätze und Irrwege gleich von Anfang an zu verhindern. Und das, was man da sieht, ist, kann man sagen, das ist die Lösungsstrategie oder viele, das sind Lösungsstrategien des Teils in uns, der sich eben abgespalten hat. Und dieser Teil findet die Lösung nicht. Das ist das, was du genannt hast mit blinder Fleck. Wir suchen überall um diesen blinden Fleck herum und das ist das Suchen außerhalb des blinden Fleckes, zum Beispiel mit Handlungsstrategien. Die Idee, wenn ich irgendwas anders mache, dass ich dann mein Problem löse, Pläne, Handlungsanweisungen, Strategien, ein Weg in Zeit und Raum. Darum geht es nicht. Etwas ändern wollen geht in die gleiche Richtung. Das ist die Ebene von Machen. Die Idee, ich muss etwas ändern, damit dann mein Problem oder mein Leiden aufgelöst wird. Das führt alles nicht zum Ziel. Das sind alles das Drehen außerhalb des blinden Fleckes in der Warteschleife. Die Hoffnung auf eine gute, schöne Beziehung kann als Konzept, als Handlungsstrategie benutzt werden. Wenn ich erstmal eine gute, schöne Beziehung habe, dann ist alles in Ordnung. Funktioniert nicht. Selbst wenn diese schöne Beziehung oder der perfekte Partner erscheinen würde, würde mir das nichts nützen, solange ich nicht wirklich in eine Beziehung gehen kann. Der würde dann von mir abprallen. Dann natürlich die Idee, das Leiden, das Problem, das Symptom, den Konflikt lösen zu wollen. Diese Idee, das lösen zu wollen, ist schon Teil der Sackgasse. Das funktioniert nicht. Alles, was mit Machen, Verändern, Vergangenheit, Zukunft zu tun hat, das führt nicht zur Lösung. Und jetzt ist halt dieser Verstand, dieser Teil, der ist halt jetzt wie ein bisschen lahmgelegt, weil wir haben ja nichts anderes. Wir haben diesen Verstand, der versucht, das Leiden aufzulösen. Und der kann nur in Handlungsstrategien und Machen und Tun agieren. Und wenn wir dem das alles wegnehmen, dann ist wie so eine Lücke erstmal. Und das ist dann da, wo es losgeht. Das ist der Einstieg in den blinden Fleck. Ja, immer noch faszinierend. Ich kann es immer noch nicht beschreiben, was du da gemacht hast bei mir. Aber letztendlich war das Thema, dass es jetzt im Leben, dass das Kind nicht sich erlaubt hat, dass es auch um sich gehen darf. Das war ja, oder? Das war die Strategie. Das ist eine mögliche Strategie, um Trennung heute zu erzeugen. Wir setzen den Trennungsvorgang, der uns als Kind aufgezwungen wurde, in unseren Beziehungen fort. Wenn ich zum Beispiel als Kind meine gesamten Bedürfnisse verleugnen musste und mich komplett an der Außenwelt, also an den Eltern orientieren musste, weil die selber so schwach sind. Genau. Sich komplett anpassen heißt, ich verleugne mich selber. Dann wird das automatisiert und später merke ich meine eigenen Bedürfnisse nicht mehr. Und ich merke nicht mal, dass ich meine eigenen Bedürfnisse nicht mehr merke, sondern ich bin so automatisiert an der Außenwelt orientiert, dass ich das nur noch indirekt merke, dass irgendwas nicht stimmt. Zum Beispiel an Symptomen, an Krankheiten, an Unfällen, an Wutausbrüchen, Konflikten, fehlender Partner, allem Möglichen. Da merke ich dann das, was nicht stimmt. Und dann versuche ich, das auf dieser Ebene zu lösen. Und dann klappt das nicht. Es nützt nichts, an dem Symptom herumzubasteln, weil da ist das Problem gar nicht. Reicht letztendlich die Erkenntnis oder gibt es da noch weitere? Jetzt kommt natürlich wieder der Kopf. Weißt du, was passiert da genau? Ja, das ist letztlich sehr komplex, das zu erklären. Wir reinszenieren unsere Kindheit in jeder Sekunde neu. In jeder Sekunde. Unbewusst läuft das. Und das machen wir durch Projektion. Und das heißt, wir projizieren, dass wenn ein Mensch uns näher kommt, dass der eine gefährliche Handlung in Bezug auf uns macht. Und eine gefährliche Handlung kann man den vier Standard-Trauma-Verteidigungsreaktionen zuordnen, die einigen vielleicht bekannt sind, angreifen, weggehen, sich totstellen, also ignorieren und manipulieren. Oder vornehmen, kennen einige den Begriff. Das ist der Kern der ganzen Problematik, was unbewusst ist. Das heißt, wir haben ja als Kind erfahren, dass Nähe gefährlich ist. Das war ja eine Erfahrung früher. Zum Beispiel, dass als Kind unsere Grenzen überschritten wurden. Oder dass die Mutter oder die Eltern sich distanziert haben, wie auch immer. Das war die Realität. Also wird im Nervensystem verschaltet Nähe, das, was ich eigentlich brauche, mit Gefahr. Das wäre genauso wie, wenn wir unbewusst glauben würden, dass Wasser tödlich giftig wäre. Und wir haben einen wahnsinnigen Durst. Aber wir wissen, angeblich ist Wasser tödlich. So, was machen wir jetzt? Wir brauchen zwingend dieses Wasser, gehen aber davon aus, wenn wir es trinken, sterben wir. Das ist die Situation, in der wir leben. Und das passiert über Projektion. Das heißt, das System, also der Organismus stellt sich vor, dass etwas Gefährliches passiert bei mehr Nähe. Und das wiederum teilen wir nicht mit. Wir sprechen nicht darüber und oft ist es uns auch selber nicht bewusst, was wir da projizieren. Und das ist der eigentliche blinde Fleck, von dem du gesprochen hast. Das ist ein Teil dieser Projektion. Der zweite Teil ist, dass wir uns auch sozusagen vorstellen, wie wir das heute angeblich auslösen. Zum Beispiel, wenn ich projiziere, dass ich verlassen werde, wenn mir jemand näher kommt, wenn wir uns annähern, dann projiziere ich auch, wie das angeblich durch mich ausgelöst wird. Zum Beispiel durch meine Bedürfnisse oder meine Wut. Das ist also die zweite Komponente. Wenn ich wütend bin, dann werde ich verlassen. Wenn ich ein Bedürfnis nach Eigenständigkeit habe, werde ich verlassen. Ein Beispiel. Die dritte Komponente ist eine Erklärung, warum derjenige so reagiert. Das ist die Projektion seiner Lebensumstände. Das könnte zum Beispiel sein, dass ich mir vorstelle, dass derjenige ein Problem mit Aggressionen hat und die selber verleugnen muss und das für ihn so destabilisierend ist, dass er einfach weggehen muss. Weil er selber traumatisiert ist, weil er ein schlechtes, ungünstiges Leben hat und so weiter. Das heißt, wir haben die ganze Kindheit, wie es real für uns erlebt wurde, haben wir im Kopf und projizieren das grundsätzlich auf Menschen, die uns näher kommen. Also der Auslöser in mir angeblich, Bedürfnisse, Gefühle, die Verteidigungsreaktion, die gefährliche Handlung, weggehen, angreifen, ignorieren, manipulieren und die angebliche Begründung, warum derjenige das so macht, aufgrund seiner Persönlichkeit und seiner Lebensumstände. Das ist der ganze Komplex, mit dem wir in jedem Moment das Entwicklungstrauma sozusagen neu durchleben und da nicht rauskommen, weil wir diese Projektion nicht auf den Schirm bekommen. Und das ist der blinde Fleck. Darum navigieren wir drumherum und das teilen wir nicht mit. Das ist also einerseits der blinde Fleck, andererseits ist es auch unser größtes Tabu. Das ist das Letzte, was wir mitteilen wollen, diese drei Dinge, die ich genannt habe. Und beim Floating helfe ich einfach, dass zwei Menschen diese Dinge miteinander austauschen. Und dann realisieren die beide, dass sie sich heute als Erwachsene darüber austauschen können. Und das stellt den Kontakt her, der seit der Kindheit nicht möglich war. Und das führt dann zur Regulation der Nervensysteme und häufig zum Verschwinden der Symptome. Und dann sagen die Leute, ja, Freude, Neugier, tolles Leben, das Leiden ist zu Ende. Und das Leiden besteht wirklich nur aus diesem unbewussten Trennungsvorgang. Und wenn das eben nicht auf dem Schirm ist, dann haben Menschen keine Chance, an dieser Projektion vorbei zu navigieren. Weil das von uns wie so als real nach draußen gesendet wird. Wenn ich also der Meinung bin, zutiefst unbewusst, dass ich verlassen werde, dann werde ich dafür sorgen, dass derjenige das macht. Und es sind ja nicht alles Erleuchtete und Traumatherapeuten, die dann da vorbei navigieren können. Also wird das System selber in eine Abwehrreaktion gehen und das bedienen. Und dann haben wir zwei Menschen, die ihre Kindheit immer wieder neu erleben. Der eine erlebt Grenzüberschreitung und trennt sich. Der andere erlebt Einsamkeit und Bindungsverlust. Und so treffen sich eben immer gegenpolige Menschen als Paar in der unbewussten Hoffnung, endlich das kompletieren und heilen zu können. Und wir sind als Gesellschaft einfach so weit vom Weg abgekommen, dass wir nicht verstehen, was da läuft und wie wir das heilen können. Und das Floating ist einfach ein Werkzeug, wo ein Therapeut eben diese Dinge wieder zusammenbringen kann und die Menschen mit der Realität in Kontakt bringen kann. Und das Entscheidende jetzt noch zum Schluss ist, dass es nicht darum geht, dass die Projektion nicht stimmt. Weil das kann sein, dass sich das jetzt vielleicht jemand vorstellt. Und was ist, wenn die Projektion stimmt? Also was ist, wenn ich mir vorstelle, unbewusst, dass ich verlassen werde? Und der andere sagt, ja, das stimmt. Ich habe einen Impuls, irgendwie einen Gedanke. Am liebsten würde ich hier weg. Macht nichts. Funktioniert trotzdem. Weil es geht nicht darum, dass die Projektion nicht bestätigt wird, sondern es geht um den Kontakt. Der Kontakt fehlt. Und wenn zwei Erwachsene sich über ihre inneren Vorgänge austauschen können, dann können die beide die Defensivreaktion loslassen und dann müssen sie nicht mehr sich trennen, angreifen und so weiter und können sich austauschen. Und damit ist dieser ganze Leidenskomplex gelöst. Und dann löst sich jetzt keine Panik aus bei dem Gegenüber. Du hast jetzt gerade das Beispiel gebracht, ich gehe mal davon aus, ein Paar sitzt sich gegenüber, die Frau hat dieses Muster, als Kind wird man verlassen oder reproduziert sich das. Und sagt dann in dieser Floating-Übung zu ihrem Partner, du verlässt mich, oder? Du hast ja auch die Sätze. Genau. Und der Partner sagt, ja, hier und da kommt der Gedanke durchaus mal auf. Und das löst dann bei dem Gegenüber kein... Das ist jetzt schwer, das so zusammenzufassen. Also wenn wir das Beispiel nehmen, würde das so aussehen, dass die Frau, das ist ja auch, bestimmte Konstellationen sind einfach typisch, eher typisch für Frauen, eher typisch für Männer. Wir können sagen, dass, wir nehmen jetzt einfach mal so wie so ein typisches Beispiel, wo die Ehefrau oder die Partnerin Angst hat, verlassen zu werden und der Mann hat Angst vor Grenzüberschreitung. Das ist einfach fast immer der Fall in dieser Konstellation. Und das würde dann so aussehen, dass die Frau sagt, in meinem Kopf ist die Idee, dass du mich verlassen möchtest, dass du mich irgendwann verlassen wirst. Und dann muss sie fragen, ob ihr Partner das jetzt vorhat. Also ich erkläre das jetzt so, das ist nicht zum Nachmachen gedacht, sondern das ist einfach, um zu erklären, wie so eine Sitzung abläuft. Das braucht ein Therapeuten, das kann man nicht alleine zu zweit machen. Sie fragt dann, hast du jetzt vor, mich zu verlassen? Und dann sagt der Mann, ja oder nein? Eine formale Antwort, ja oder nein? Hast du jetzt vor, mich zu verlassen? Ja oder nein? Und in der Regel sagt der Mann dann nein, weil er ist ja noch da, er ist ja mit zur Therapie gekommen, er hat ja Interesse an der Beziehung. Also wird er sagen, in der Regel nein, ja. Theoretisch könnte er auch ja sagen, ja. Dann würde er dann gehen und sich trennen und die Frau würde ihn nie wieder sehen, ja. Das würde auch funktionieren, weil das ist halt jetzt alles sehr komplex zu erklären. Die Transformation ist halt der Weg, in Kontakt zu treten. Für die Heilung ist es nicht hauptsächlich relevant, wie das Gegenüber reagiert, sondern die Transformation wird im Wesentlichen dadurch in Gang gesetzt, dass ich mit dem, was da ist, wieder in Kontakt trete. Ja, also es ist, praktisch passiert das nicht. Aber ich sage einfach nur rein, theoretisch könnte der Mann in so einer Sitzung sich trennen und nie mehr wiederkommen. Und ja, dann würde... Dennoch ist die Transformation passiert, weil ich den blinden Fleck kommuniziert habe. Genau, es ist noch nicht komplett, aber es ist angestoßen worden und das heißt, es ist grundsätzlich was in Bewegung gekommen. Und dann, das wird jetzt einfach zu weit, dann zu erklären, wie das dann weitergeht. Dann würde ich das auf meine Person umlenken oder auf jemand im Raum, ja. Also es würde dann in jedem Fall weitergehen. Das ist einfach nur wichtig zu wissen. Aber meistens, also immer ist es ja so, nein, das werde ich jetzt nicht machen. Es geht ja um die Handlung. Nicht, was in dem Partner los ist, innerlich, sondern eine Gefahr ist immer die Handlung. Und das heißt, sich physisch trennen, physisch angreifen, sich betäuben mit irgendwelchen Substanzen. Und wir fragen, also derjenige fragt, ob der Partner das jetzt vorhat. Hast du jetzt vor, mich physisch anzugreifen? Hast du jetzt vor, mich zu verlassen? So, nein. Und dann beginnt der andere zu sagen, was in ihm los ist. Und andersrum sieht das zum Beispiel so aus, könnte der Mann dann zum Beispiel sagen, in meinem Kopf ist die Idee, dass du mich aussaugen willst, dass du meine Grenzen überschreiten willst, dass du keinen Bezug hast zu meinen Bedürfnissen nach Unabhängigkeit und Eigenständigkeit. Ja, und dann sozusagen bringt man diese Projektionen auf sozusagen die Bindungsebene als Kind. Und das hat immer was mit zwei Bedürfnissen und zwei Gefühlen zu tun, nämlich dem Bedürfnis nach Eigenständigkeit und nach Nähe. Und damit sind die Gefühle Trauer und Wut verknüpft. Und in diesem Prozess des Abgleichens, des Austauschens realisieren beide, dass sie ja beide ein Beziehungsinteresse haben und dass sie beide keine Gefahr füreinander darstellen und keiner böse Absichten hat, sondern nur Notzustände haben, die nicht kommuniziert wurden. Weil auch das Zerren und Saugen einer Frau, der die Grenzen des Mannes zu überschreiten, dient nur dazu, den Abgrund von Einsamkeit ausblenden zu können. Und genauso die Notreaktion von einem Mann, sich ständig zu distanzieren und zu trennen, dient nur dazu, die Eigenständigkeit zu retten, die als Kind ständig torpediert wurde. Und beide kommen nicht auf die Idee, dass sie sich darüber einfach austauschen können. Weil wenn das so wäre, würden sie selber ihr Trauma auflösen. Also wird es durch den Therapeut angeleitet. Dann kommen sie auf der Bindungsebene in einen vollständigen Kontakt. Und dann reagiert sofort die Physiologie. Also das heißt, es führt dann sofort in dem Moment, wo dieser Austausch stattgefunden hat, zu einer Regulation, also zu einer Entspannung des autonomen Nervensystems. Und was ich einfach rausgefunden habe, ist, es gibt ja jetzt viele Methoden zur Traumabearbeitung, die zum Beispiel am Körper ansetzen, wie There oder Yoga oder Vagusübungen. Da gibt es jetzt ganz viel SSP. Und ich habe einfach rausgefunden, dass der Schlüssel und der Einstiegspunkt diese Projektionen sind. Und das ganz kurz noch zum Abschluss. Das habe ich deswegen rausgefunden, weil ich gesehen habe, wenn die Projektion aufgelöst wird bei den Menschen und sie in einen wirklichen Kontakt kommen, reagiert sofort die Physiologie. Und der Körper kommt nie wieder in diesen ursprünglichen Stress rein. Vielleicht ein bisschen, aber nicht mehr so wie am Anfang oder wie vorher. Umgekehrt passiert das nicht, wenn ich über den Körper ansetze und den Körper mit Methoden in die Regulation bringe. Isoliert von einem Bindungskontext habe ich zwar in der Sitzung oder generell ein bisschen Erfolg, was die Regulation angeht, aber das Bindungsmuster, die Projektion wird nicht aufgelöst dadurch. Und deswegen stellt der Organismus den Stress früher oder später wieder her, weil er wieder anfängt, Gefahr zu projizieren. Super. Also ich muss ehrlich sagen, man muss es mal erlebt haben. Ich glaube, das ist wirklich die Quintessenz an der Geschichte, weil im Erleben kam eigentlich bei mir auch die Faszination, was da alles möglich ist. Und es ist wirklich total schwer, das in Worte zu fassen. Wenn die Leute sich da wirklich jetzt mal mit dem Thema in das Erleben kommen wollen, gibt es denn da auch Möglichkeiten? Ja, genau. Da gibt es Möglichkeiten. Und eine ganz kurze Sache als Beispiel, wie jetzt jeder Zuschauer das sofort für sich mal ausprobieren kann, wäre, wenn jeder, der hier zuschaut und das möchte, einfach mal an einen Menschen denkt, an den Menschen denkt, mit dem er die meisten Probleme hat und dann sich vorstellt, was dieser Mensch angeblich Gefährliches vorhat. Und dann sich vorstellt, dass ich die Gefühle, die in mir sind, diesen Menschen mitteile. Dann kann jeder sofort eine kleine Erfahrung machen. Und wer mehr möchte, der schaut am besten auf meine Homepage traumaheilung.net. Da gibt es sehr viel Material dazu. Ich habe auch ein Buch für Therapeuten geschrieben zu dieser Methode. Das heißt, das Floatinghandbuch ist auch für Teilnehmer interessant. Und dort wird dann alles in der Tiefe erklärt. Und natürlich biete ich auch Veranstaltungen dazu an. Und ich bilde auch inzwischen Traumatherapeuten aus in dieser Methode. Super. Vielen lieben Dank, Gopal, dass du da warst. Und ja, ich wünsche dir weiterhin noch viel Erfolg bei der Transformation und bis bald. Vielen Dank. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten auch einiges mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen noch eine wunderschöne Zeit und bis bald. Tschüss. Auf Wiedersehen.